Jo Leute, hier ist wieder euer Casino-Kontrolleur. Nach dem doch ganz erfolgreichen Razor Shark Abstecher dediziere ich mich nun wieder den herkömmlichen Methoden. Ihr konntet es anhand des Slots womöglich feststellen. Ich habe mich heute zum zweiten Mal im Firehopper Slot eingefunden, da seit ein Steak heute der Weekly Boost ausgezahlt wurde. Und ich bin in der letzten Woche doch einiges umgesetzt habe, konnte ich meine Balance um summa summarum 2500 Euro steigern. In Kombination mit dem BTC-Preisanstieg steht mir im Großen und Ganzen nun eine 43.000 Dollar Balance zur Verfügung. Und mit Liziener Balance werde ich mich wie bereits angebracht mal wieder an ein paar Bonus-Spice probieren. Hierzu lasse ich mich heute ganz und gar nicht lumpen. Ich werde mir zwar keinen Maximal-Bonus zulegen, stellvertretend dafür werde ich voll nach dem Motto Quantität über Qualität mir einige 100 Dollar Basebat-Boni aneignen. Jeder Bonus beläuft sich auf ca. 12.000 Dollar. Je nach Bilanz jener Bonus-Base kaufe ich mir gegebenenfalls mehr oder eben auch weniger Freispiele. Aber genug dazu, ich fackel gar nicht lange rum. Ich starte direkt mit dem ersten 12.400 Dollar Bonus bei. Vom Prinzip her ein sehr, sehr interessanter Slot. Mein letztes Aufeinandertreffen konnte sich förmlich den Lorbeerenkranz aufsetzen. Ich hatte hier einen super Bonus. Ich hoffe, dass ich das heute nur annähernd replizieren kann. Ich hoffe natürlich auf einen guten Bonus. Für den guten Bonus brauche ich logischerweise ein Bonussymbol, die springende Kröte. Und ich hoffe natürlich auf mehrere Bonus-Symbole vorzugsweise stackt. Die Multiplikatoren multiplizieren sich wie auch in Jamin-Jars gegenseitig. Vom Prinzip her sehr, sehr interessant gemacht. Meiner Meinung nach ist es einer der unterschätztesten Slots. Ich finde den vom Prinzip super gemacht. Ich hoffe natürlich auf einen guten Bonus. Ich hoffe auf gute Lilien. Und ich hoffe in meinem Fall natürlich auch auf gute Multiplikatoren. Ich könnte hier rein theoretisch eine Tausender-Münze bekommen. Das wäre natürlich mehr als phänomenal. Jene hatte ich bis dato noch nie. Dementsprechend werde ich die heute zur hoher Wahrscheinlichkeit auch nicht zu Gesicht bekommen. Sofern ich nur ein paar weitere Kröten bekommen könnte und im besten Fall mindestens mit dem ersten Profit-Bonus rausgehen könnte, wäre ich im Großen und Ganzen mit dem Aufklang eigentlich schon ganz zufrieden. Ich bekomme hier ein paar kleinere Hits. Ich bräuchte logischerweise ein paar stacked Bonus-Symbols. Ich bekomme ein paar Multis. Ich meine, es ist summa summarum ein 8er Multi. Besser als nichts. Nimmt man gerne mit. Natürlich an sich jetzt aber nicht die Welt. Ich bräuchte summa summarum 12.000 Dollar für einen Break-Even. Bis dato bekomme ich 50% zurück. Ich bekomme einen weiteren ganz soliden Hit. Ich bekomme einen bisschen besseren Multiplikator. Weitere 600 Dollar bringen mich in die Nähe des Break-Even. Gibt mir einen guten Cluster-Drop. Komm, einen weiteren Multi, einen 60er Multi. Das reicht so gut wie für einen Break-Even-Bonus. Das ist im Großen und Ganzen nicht mal so schlecht. Ich starte ganz solide. Ich bekomme eine andere Kröte. Vom Prinzip her ein bisschen interessanter. Ein besserer Multiplikator an sich ändert sich aber sonst meines Wissens nichts. Ich starte mit Optimismus, mit einem Profit-Bonus. Das hängt vom letzten Spin-Up. Ich bekomme tatsächlich zwei weitere Multis, wobei ich nur einen Multiplikator verbinde. Mit einer Menge Optimismus, so bin ich ein bisschen mehr. Okay, das ist nicht schlecht. Das sind zwei Multis, welche ich hier verbinde. Das ist ein Profit-Bonus bei. Ich gehe mit ein bisschen Plus raus, auch wenn es nicht die Welt ist. Summa summarum ist es meines Wissens ein Profit-Bonus bei. Ich zahle hier effektiv 12.200 Dollar, bekomme in meinem Fall 12.500 Dollar. Pardon, ich zahle tatsächlich 12.400 Dollar und bekomme in meinem Fall 160 Dollar Profit. Gemäß des doch recht großen Einsatzes und des inhärenten Risikos ist das das im Großen und Ganzen natürlich nicht wert. Bei einem Profit-Bonus beschwere ich mich natürlich dennoch nicht. Ich kaufe mir in meinem Fall direkt den zweiten 12.400 Dollar Bonus. Summa summarum kaufe ich mir maximal so um die fünf Freispiele. Und wenn ich insgesamt mit ein bisschen Plus rausgehen könnte, wäre das super. Selbst wenn ich eine Balance von 50.000 Dollar überschreite, kaufe ich mir keinen Maximalbonus. Ich möchte mich hier zur Zeit ein wenig zügeln und mittels mehrerer Bonus-Bikes reduziere ich effektiv mein eigenes Risiko. Dementsprechend ist es sicherlich nachvollziehbar. Ich kriege hier einen recht mageren Start. Ich bräuchte halt ein paar Bonus-Symbole, vorzugsweise gut platziert. Ansonsten eine Verbindung auf den roten Lilien. Oder ähnliches. Krieg hier. Sonst wenig bis nichts. Also vielleicht ein weiterer Bonus-Drop. Vielleicht einen besseren Multi. Ansonsten ähnliches. Der zweite Bonus ist ein Stückchen schlechter. Ich bräuchte jetzt langsam aber sicher mal einen Drop. Sonst wird es womöglich der erste schlechte Bonus. Ich bekomme einen Drop. Ich bekomme keine Verbindung. Der vorletzte Spin bringt mir nichts. Und der letzte Spin bringt mir tatsächlich den nächsten Deadspin. Naja, vom Break-Even-Bonus bin ich doch ein Stückchen entfernt. Ich bekomme in meinem Fall ca. 15% Cashback. Verliere so gesehen Pi mal Daumen 10.000 Dollar. Für den zweiten Bonus ist es nicht gerade das beste Ergebnis. Binnen zwei Jahr Freispiele bin ich so ca. 10.000 Dollar im Minus. Ich probiere es noch drei weitere Male. Sofern es sich ausgeht. Sofern es sich nicht ausgeht, zahle ich in meinem Fall nichts nach. Ich glaube, das ist auch nachvollziehbar. Aber ich hoffe einfach mal, dass ich mindestens einen soliden Bonus bekomme. Und das sollte sich eigentlich schon ausgehen. Firehopper lässt mich heute nicht im Stich. Und die Push Gaming Sots spielten sich in der Vergangenheit eigentlich ganz gut. Ich hatte ja eine super Session im recht neuen Bamboo Slot. Ich hatte eigentlich auch eine recht gute Mystery Museum Session. Wobei ich summa summarum doch ein bisschen was verloren habe. Aber gemäß des Setups war das im Großen und Ganzen okay. Vielleicht bekomme ich jetzt hier einen Firehopper zum zweiten Mal in Folge. Einen Bonus. Liegen ein paar Multis, ich verbinde die leider nicht. Dementsprechend bringt mir das Ganze wenig bis nichts. Ich bekomme bitte nicht zum zweiten Mal einen mega schlechten Bonus. Das ist schlecht, das ist mega schlecht. Ich verbinde hier, sofern ich das richtig sehe, nicht viel bzw. nichts. Wobei ich verbinde ein bisschen was. Okay, besser als nichts. Ich verbinde ein bisschen was. 2800 Dollar ist nicht der schlechteste Bonus bei. Vom besten Bonus bin ich doch ein Stück entfernt. Und da verbinde ich nichts mehr. Ist der zweite Minus-Bonus bei. Der letzte Spin konnte den Schaden diminuieren. Im Großen und Ganzen doch schlecht. Binnen 3er Freispiele ist doch einiges weg. Wie es noch zweimal. Vorletzte. Mal, wenn es ein Profitbonus wird. Und ich hier entgegen aller Wahrscheinlichkeit. 50.000 Dollar reiche, spare ich mir den letzten Bonus. Ansonsten probiere ich es, wie bereits angepriesen, noch ein letztes Mal. Und dann hoffe ich, dass euch dieses Video zugesagt hat. Das ist ein super Start. Ich verbinde effektiv nichts. Ich bekomme aber einen guten Multiplikator. Und das ist an sich sehr, sehr wichtig. Und wenn ich jetzt einen guten Cluster-Drop kriege, beziehungsweise nicht wirklich ein paar Deadspits in Folge bekomme, sollte ich doch einiges ausgängig verbinden. Hier, trotz Double-Drop nichts. Das ist schlecht. Ich verbinde trotz Double-Drop nichts. Ich bekomme die erste mittelmäßige Verbindung. Okay. Schwierig. Wirklich schwierig. Schwierig. Mit Optimismus, beziehungsweise mit Pech, kann ich mir den nächsten Bonus gar nicht leisten. Und das geht sich tatsächlich trotz vieler Drops nicht aus. Dann ändere ich meine Idee. Ich drücke ein paar 400 Dollar Spins durch. Nachzahlen möchte ich nicht. Und den Rakeback habe ich sicherlich nicht genug. Dementsprechend bekomme ich jetzt einen regulären Spin. Hoffentlich einen Bonus. Ansonsten war das mal wieder eine Katastrophe. Gehört leider dazu. Ich kann logischerweise auch nicht immer gewinnen. Sofern ich irgendwie den Max-Bonus erspinnen könnte. Wäre das das Nonplusultra, klar. Die Chance ist nicht mega hoch. Sofern ich irgendwie 20.000, 30.000 Dollar erreiche, gehe ich auch mit einer diminuierten Balance raus. Ansonsten verzocke ich halt wieder ein bisschen was. Effektiv habe ich hierfür nur 9.500 Dollar eingezahlt. Beziehungsweise 9.500 Euro eingezahlt. Das ist jetzt kein Weltuntergang. Ich kriege ein paar Hits. Ich habe ein paar Chancen. Und vielleicht bekomme ich ja entgegen aller Chancen den Bonus. Ich meine, ich möchte es nicht aufgeben. Gib mir die Kröte. Gib mir ein Bonus-Symbol. Auf geht's. Die letzten 10 Spins. Das Bonus-Symbol hatte ich in meinem Fall. Keine Kröte. Die letzten 10 Spins und 200er Multi wären natürlich mehr als erfreulich. Ich verbinde. Ich meine, die Mini-Hits bringen halt nichts. Ich bräuchte eine Kröte 100er Multi, eine Kröte 50er Multi oder einfach einen Bonus. Wobei mir im Bonus nicht gerade eine profitable Session rentieren würde. Ich meine, ein Bait wäre ganz nett. Ansonsten war das mal wieder mehr als unnötig. Gehört leider dazu. Der letzte Spin bringt mir nichts. Wobei, einen Spin kann ich mir noch leisten. Vielleicht wie in Razor Shark ein Miracle. Drei weitere Spins. 1.200 Dollar. Ganz draußen bin ich noch nicht. Nichts. Und jetzt war es das tatsächlich. Freulich ist es nicht, klar. Die Apokalypse verheißt es auch nicht. Es ist ein... Ich akzeptiere es einfach mal so, wie es ist. Ich kann effektiv so und so nichts dran ändern. Hätte ja rein theoretisch auch anders laufen können. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Cheers.